so hallo wir machen weiter bei vldc 11 letztes mal haben wir ja ist eigentlich ja wir haben einfach level von dieser welt gespielt und spiel die nächsten jetzt so gibt hier nichts zusammenzufassen dass ich wirklich sagen das kenne ich aber ich habe nur die grafiken glaube ich schon mal irgendwo gesehen das level kann ich nicht kennen aber irgendjemand habe ich es ist ich finde es eine der bekannteren level wegen der krassen grafik oder so weiß ich nicht es kommt mir übelst bekannt vor aber wo soll ich das gesehen haben ich glaube es hat nur jemand ähnlich neben jemand anders hat mal solche grafiken benutzt wer ist das level selbst die das level selbst kenne ich nicht aber das ist die 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 grafiken kennt was wo war wo war denn das mal vielleicht war es einfach in den dingen der will halt dass das auch so ähnlich aussah in irgendeinem heck den ich letztens gespielt habe ach so ich dachte du meinst links und smc ja kann auch links gewesen sein ich komme nicht ich denke nie an den namen bei things aber wenn ich einfach dinge sage ist ja ist ja ist dinge gemeint das funktioniert ganz gut ach man jetzt bin ich hier wieder zu warum warum mache ich es mir nicht so schwer mit der shell weg damit so zwar ein bisschen irritierend jetzt ich meine jetzt weiß man dass die lava nicht die lava grafik dass die nicht tötet weil das soll wasser sein aber es erst mal ein bisschen irritierend weil normalerweise ist das was diesen gelben rand hat ist im kopf konditionstechnisch als tot gespeichert jetzt kann man einfach drin rumschwimmen okay aber ist in ordnung wer hat denn diese grafiken wo warten wo war ich habe ich schon alles ich glaube nicht gehen wir noch mal runter gehen wir noch mal runter hier ist doch bestimmt noch stuff ach hier ist super oben röhre unten röhrer gehen was mal oben hin weil das oben kommt unten ist es ist ein secret unten ist es sie ja achten ist wird nämlich gerade noch sagen nach oben gehen kommt mir muss man mehr machen für und wir sind technischer vor also auch das ist sicherlich ja okay ja die idee ist cool oh oh es hat gepasst okay da war meine joshicoin die idee war extremst cool was ist das noch mal für ein platz geworden kann mich nicht erinnern ich auch nicht irgendwas um die 30 30 40 irgendwas um die drei alter er ist ja auch hier oh shit gar nicht gesehen dass da kein boden ist er ist ja auch richtig wild unterwegs verstehe ich schon wieder nicht was dann hieran wieder so schlecht gewesen sein soll dass man das nicht naja egal das war damit waypoint jetzt ist hier eine tür jetzt ist da unten eine röhre das ist jetzt wieder richtig okay die kann ich gar nicht reingehen auch gut kann ich hier runter ein aber okay vielleicht solche sachen vielleicht vielleicht wirklich sowas dass man nicht ganz weiß was ist boden was nicht könnte ich das kann auch ein faktor sein könnte ich mir tatsächlich ich glaube ich wiederhole mich kein gebe ich viel mehr viel mehr auf grafiken und so geachtet ja ja aber es sieht schon alles sieht schon krass aus ja das tut es aber klar die grafiken hat jetzt ja die person die das benutzt hat nicht erfunden weil die gibt es ja nun mal also die kennt man ja auch ne ne nicht dass sie wüsste deswegen ist das wahrscheinlich wird es wahrscheinlich dann auch nicht zusätzlich also wenn du halt was benutzt was schon da ist ich wette ich hab schon deine joshikoin verpasst wir gehen zurück das kann nicht nur mein sinn die person hat das alles schon zusammen gebastelt die ganzen grafiken außer Vanilla Tiles die das hier gebaut hat selber ja ach so dann kommt es von der person und dann haben das viele weiter benutzt wüsste ich jetzt nicht weil also die die das kommt mir auf jeden fall extremst bekannt vor ich hab das schon in irgendwelchen level habe ich das schon mal gesehen das ganze zeug jetzt nicht dieses wasser aber so diese wie sich das wie sich die dieser 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 ach diese 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 drehpresse da am boden wie wir mit diesem quatsch diesen häxler da oh nein zeit oh please äh pokofis macht generell ziemlich krasse krasse zeug aus Vanilla Grafiken ah ok jetzt sind wir beim boh das ist schlecht das ist schlecht ach ich wusste ich hab was verpasst na gut alter die musik alter der hintergrund was bist du denn wild ja gut aber das war es dann an der stelle ja da müssen wir nochmal rein ich hoffe ich habe einen am anfang verpasst aber ich fürchte nicht ich glaube ich weiß wo ungefähr wir schauen mal habe ich eigentlich einen mond auch noch zu sammeln nein keinen mond ok das ist schon mal gut 29 geworden ok das hier meinte ich wie nennt man das ding häxler irgendwas keine ahnung aber das habe ich auch schon ich meine ich habe das schon mal irgendwo gesehen keine ahnung außer dass ich mich völlig irre naja so ist hier drüben war ich hier drüben ach ja hier drüben war ich ja schade schade dass ich hier drüben war ist auch nichts nach unten ok gut dann haben wir da ne dann haben wir hier auf jeden fall alles gesehen ne dann kann hier nichts mehr sein ok da unten war die erste ich erinnere mich hier war die erste genau die haben wir dann war die zweite war in dieser secret röhre gleich hier drüben dann brauche ich da jetzt nicht nochmal reingehen so dann wissen wir die auch da oben zur saust einfach so ein viech habe ich vorhin gar nicht gemerkt so dann können wir also in den zweiten level abschnitt schon mal gehen hä okay ich glaube den teil habe ich vorhin übersprungen ich glaube nicht dass hier ne das wäre super frech weil sie ja in der röhre schon drin ist aber den teil überspringt man ja ja okay ah das ist mies ja das ist mies du musstest zweimal spielen um alle dinger zu bekommen oder du oder du geh ne ne man kann nicht man kann nicht zurück ne ja hier bin ich nämlich von raus hier unten bin ich von raus gekommen ja geh mal weiter ähm weil ich meine eine stelle gesehen zu haben die ja gleich kommt die oh hier kann man rein ist da auch nochmal ne joshicoin das kann sein ja ach so ich glaube oder ist das eher für leben ich glaube das eher für leben sammeln oder sowas ne ich glaube das wäre eine joshicoin doch da wäre eine joshicoin gewesen ich glaube das level 6 kannst du den weg auswählen ach so das ah ja okay dann dann habe ich nichts gesagt ja sonst wäre hier ja hier muss ja ja okay dann habe ich nichts gesagt dann kann man entweder dann ist es sogar besser dann ist nämlich egal welchen weg man geht dann ist es aber auch nicht wirklich secret des anderes es ist einfach ein alternativ weg okay ja gut dann linear farms ah ne da ist dann noch ein 60. Platz ja ja rein da ja oh Gott ja das hat ziemlich ähnliche Ästhetiken aber das ist aber nicht schön das ich dachte ich kann mich da festhalten kann ich nicht das passt auch überhaupt nicht rein also ich mag die Palette schon mal überhaupt nicht ich finde die ganz okay ich weiß nicht das es passt halt nicht zu den dafür dass der Rest nicht geändert wurde du hast hier diese irgendwie so ganz normal bunten Gegner und Sprites und dann weiß ich das passt nicht zusammen irgendwie aber naja so wir müssen zum Glück nichts sammeln wir müssen einfach nur durch ja genau Moment ich kann einfach gerade durch lol das äh ja okay ja gut das hätte man sehen können ich war nur so irritiert davon dass da die Dinger unten sind es ist tatsächlich sehr linear aber das hat er ja auch so genannt so so nein darauf kann ich nicht stehen ok wir in der ane so wir müssen was probieren ok funktioniert nicht egal wait was achso das ok das fährt jetzt nach unten dann muss ich hier rüber ich finde die Stelle irgendwie cool weiß ich nicht wieso das war falsch ach nee hier muss ich weiter ok das war's ja das war ganz cool gemacht das stimmt ach gehen wir halt oben rum so ok na super ach komm schon ach Conan ach das gibt's doch nicht nee spiel vernünftig das muss doch möglich sein wenn man die berührt dass man da trotzdem noch durchkommt naja na gut geht's ok das nee ich bin drüber gesprungen die Blase verhindert tatsächlich wenn man da schnell dagegen springt dass man ins Ziel kommt na gut ok das Level sah nicht so schön aus aber hatte ein paar nette Stellen so so Coopers das ganze Finale SM Wizard Grand Coopalopolis ok huch wollte ich gar nicht hochlaufen so dann schauen wir mal wie grand dieses Level ist ich hatte das hier Soshicoins ja ne ja ok mhm gut SM Wizard macht ziemlich coole Vanillesachen ich mag seine Hexen ok ja bisher sind sie schon mal wieder nett 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 die Grafiken auf jeden Fall sehr nett sogar ok ok war noch ein bisschen unsicher wo ich jetzt stehen kann und wo nicht aber ich kann hier scheinbar ach so ich kann hier komplett äh ach ja ja da ist ein Blöck unter mir ja ok da ist schon mal ne Yoshicon kommen wir da mhm ok das ist alles fest ne ja ok das heißt da komme ich erstmal noch nicht hoch da komme ich hoch ich hoffe dass du alle auf Anhieb findest denn das Level ist ziemlich lang da weiß ich jetzt schon dass ich mich bei Midwaypoint umbringen werde ja musst du sogar weil es ist unmöglich beim ersten Mal aber da verstehe ich dann wieder zum Beispiel die Geschichte nicht der Sinn hinter den 500 Sekunden war ja dass die Level nicht zu groß werden ja ich verstehe es auch nicht und dann wird etwas disqualifiziert was als Angabe 501 Sekunden hat aber vielleicht ja viel kürzer ist als so ein Level hier wo du niemals mit 500 Sekunden durchkommst die Person hat sich einfach nicht an die Regeln gehalten nicht mehr als 500 ja aber der Sinn dahinter ist ja nicht erfüllt aber ja wie gesagt nach Gesetz ja und was macht eine Sekunde schon für einen Unterschied bei so einem langen Level ja richtig also ich hätte es verstanden wenn man Level disqualifiziert wo man sagt okay man braucht länger als die angegebene Zeit aber nicht wohl längere Zeit eingestellt ist und das ist ja das ist ja Quatsch okay ich kann hier hoch ich hab das Gefühl ich hab schon jetzt 3 Millionen Sachen verpasst okay da ist schon mal eine ich glaube was noch gar nicht erwähnt wurde ist es gibt gar keine Secret Exits ja gut die werden halt nicht erlaubt gewesen sein weil man ja genau da bin ich sehr froh drum ja sonst hättest du da ganz schön viel anders bauen müssen ja obwohl ich glaub nicht dass es einen großen Unterschied gemacht hätte naja du hättest halt ganz viele Verknüpfungen noch mehr gebraucht wobei okay da macht man einfach überall wo es halt Secret Exit gibt macht man halt zusätzliche Wege oder sowas ne einfach einen roten Punkt ach so stimmt du musst ja nicht du musst ja nicht dass er woanders hinführt auf der Oberwelt ja 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 ich meinst halt dass der Patch der für mehr Level auf der Oberwelt erlaubt ähm hätte glaub sowieso funktioniert also da ist die dritte hoffentlich zumindest die dritte okay jetzt geht's hier wieder rein ähm Vltc13 hat übrigens weniger Laps als ich erwartet hätte okay vielleicht hast du dann doch Bock dafür was zu machen ein Fall ähm ähm aber es bräuchte dann keinen extra Patch weil das sind nur 88 äh 85 Level ah ok es wäre auch schwer die einzufügen weil es gab eine neue Regel ähm dass man dass man nur durfte die ersten zwei drei Map 16 Seiten ändern okay so kannst du die ganzen globalen Blöcke verändern wie du willst hä wofür ist dieser ich versteh diesen Teil hier oben nicht wofür ist das hier ist nichts wofür wofür ich meine ja man springt hier vorher halt hoch wenn man jetzt hier oben landet muss man da halt dann so durch ach dafür wahrscheinlich okay Gott wir leben so weg mit euch iiii okay hier kann ich wahrscheinlich irgendwie rein vielleicht vielleicht ja wir hatten noch keinen Mitway Point ist schlecht achso jetzt fährt das Ding darüber ich verstehe ich weiß gar nicht ob das geht wenn du groß wärst muss wäre schlecht wenn ich äh also ich meine wie diesem Eislevel da ach das war lol das ist ein Block zum wegnehmen das habe ich nicht gerafft ach Gott sei Dank das ist ganz schön schnell mit Peter so auf einmal sieht das anders aus ja einmal umbringen 54 Sekunden hätte ich noch für den zweiten Abschnitt gehabt ja wahrscheinlich also Marius okay aber das lässt mich hoffen dass im letzten Abschnitt noch die zwei Yoshi-Coins sind wenn das einigermaßen gleich verteilt hat wir beten yes Aua okay ah ja sehr gut äh nicht sehr gut so wenn wir jetzt noch mal eine sehen und das wird sicherlich der Fall sein wo bin ich jetzt wieder hin ach an den Röhren ich checke immer nicht dass die Rohre fest sind irgendwie will das nicht in meinen Kopf Aua Aua okay wir gehen hier hoch wir gehen hier ich muss hinten im Hintergrund klettern okay aber hier oben auch äh äh was denn jetzt hä ist da unten nochmal extra was ah sehr gut come to me nice Aua Aua gut damit haben wir alles wir müssen das Level nur noch abschließen ja ja oi bossfight oh die Musik ah woher kenne ich die Musik ah ich komm gleich drauf ich komm gleich drauf die kenn ich okay die kenne ich wo woher kenne ich die Musik ich komm noch drauf das ist mega ah warte ne ne ja ich komm drauf oh Gott Entschuldigung also ich weiß es jetzt nicht aber ich hab auch eine Nummer mit je nachdem wie sie sich jetzt entwickelt ähm geht die ne ah es geht geht die ist jetzt vorbei ne ich komm nicht ah sehr gut okay das ist eigentlich Bowserschloss und nicht Lemmys äh ah die Lu ne die es kommt gar nicht die Stelle an die ich gedacht habe jetzt muss ich ich kill den mal noch nicht weil ich will die noch weiterhören ob der jetzt noch kommt oder ob der es nur loopt ok ne ich weiß nicht mehr ob das erlaubt ist Bowser in einem Level zu benutzen na wahrscheinlich nicht doch schon leer ist ja langer Bosskampf stell dir mal vor das würde jeder machen ah ich komm nicht drauf ich komm nicht drauf aber es macht nix ich muss mal ganz kurz nach ich hätte ich hätte Sonic gesagt ich weiß nicht ja aber wo aber was für ein Sonic weiß ich nicht ich dachte vor allem das geht irgendwie nicht so weiter aber es war nur ein Teil aber ich ja Sonic Sonic schon aber was für ein Sonic da bin ich das war das was ich überlegen war es hatte nämlich ach ich weiß nicht ist das könnte 2 sein Adventure 2 äh nicht Adventure aber nicht sicher ich muss ganz kurz Nase putzen äh geht gleich weiter so ok ähm achso wir sind ja hier fertig ja dann haben wir noch 2 Welten vor uns eigentlich 4 ja äh 2 2 in der roten Röhre 2 in der roten Röhre meinte ich nämlich die äh ach genau Fire World und die Abstract World ok yes dann geht es jetzt in die Fire World ja da wird einem gleich richtig warm so den roten Switch haben wir schon aber wir müssen ja ok wir laufen das einfach linear durch bis auf dass wir einmal kurz hier nach drüben abbiegen gut let's go 85. geworden Nanako mit der Cave ohne Zucker ok ist doch gesund ja ich frag mich nur in welcher Höhle Zucker gewesen wäre aber gut Salz kann man sich noch vorstellen in der Höhle aber Zucker wird schwierig wie kommt man auf so einen Namen ja scheint ein relativ normales Vanilla ja Ölen, Lava Knochenlevel zu sein scheiße ach das sind nun wieder nutzloses Zeug dachte vielleicht ist ein P-Switch drin oder sowas ist aber nö ach so hier ist der und schon Level versaut oh ja vielleicht ungünstig eine Schelle hier hinzusetzen aber ist okay mein normalerweise sind Leute normalerweise sind Leute ja nicht so blöd und ja stimmt und warten bis sie fest sind richtig ja aber ich glaube die die spawnen dann in die weg könnte auch sein ja könnte auch sein ja naja uah ok aber wir müssen jedenfalls alles finden wir haben Yoshi coins wir haben Mond und wir haben ja gut das war's äh unten ist was glaube ich ok wirst du dann glaube ich sehen ich hätte ja wow von der anderen Seite gesehen wow rech hä wenns der blaue nicht ausgelöst ist dann fällt man doch da in 99% aller Fälle in die Lava beim Versuch darunter zu gucken prima ok oder hätte man das irgendwie gesehen dass da was ist ok wir werden es nicht mehr rausfinden ah hier hätte man es gesehen ja ok hättest nur noch einen Weg nach oben gefunden stimmt sollen wäre zu spät gewesen ja richtig so wir haben schon mal die Yoshi coins es fehlt nur noch ja ist super oder gab es keinen Mond ich muss mal gucken ähm vielleicht gab es auch gar keinen Mond und ich bin einfach doof please scheiße ok irgendwo in der Ecke na dann diesmal erzähle ich kein Blödsinn wie beim Nachtabteil in der Satz haha ich hab jetzt fast gedacht so viele Röhren wie hier waren ist es vielleicht in der Röhre aber gut in der Ecke ist auch in Ordnung da muss ich wahrscheinlich irgendwo hoch fliegen einfach ah das war nicht so gut ich werde trotzdem mal die Röhren auschecken so nur weil ichs kann also bisher kann er noch nicht hier gewesen sein so du machst gleich einen Abflug dann ist da oben der Midway also auf jeden Fall nach dem Midway ok keine Röhre sollst du mal hier wieder beim runterfallen aber da war ja auch ne ass ich hier schon mal nicht achso jetzt muss ich ich muss fast wieder hoch weil sonst komme ich nicht mehr zurück beim Scheldschirm käme ich zurück die Röhre führte ich hier zurück ja ja aber die Röhre führt mich ja so zurück dass ich nicht mehr hier oben rum kann und ich wollte mir die Feder hier holen also ich lande ja hier unten und komme da ja nicht mehr hier hoch das meinte ich ok ah warte vielleicht aber in dem Abschnitt mit dem scheiße weil aber da und ich glaube dass da unten war ein relativ enger Gang ich glaube da war ne komm wir machen das mit dem Scheldschirm wir machen das stylisch so ach hier ne hier kann kein Mond sein hättest du ihn schon gesehen ja das war das war ja alles alles genau das war ja eindeutig na super ach dann halt keine zweite Feder hm ok dann fliegen wir jetzt hier mal hoch ah ja ok hm ok dann nehmen wir halt hier Anlauf so raus da nice gut ok kein Mond keine Yoshi Coins einfach nur es ist heiß von mad lad 25 geworden mit Yoshi äh Yoshi Musik mit Donkey Kong Musik sehr schön und warte Zeit oh shit ich hab ja ja da hätte ich jetzt lange warten können ach ja eine Frage die ich dich noch äh fragen wollte wieso machst du eigentlich keine Custom Thumbnails mach ich manchmal nicht 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 immer bei Things hast du das gemacht bei Things ich glaube ja bei Things hab ich's gemacht richtig ich hab ich's nicht gemacht das stimmt ich mach's meistens eher so bei äh Story Sachen wie jetzt wo hab ich's letztens noch gemacht Kirby zum Beispiel auch da hab ich's auch gemacht aber ich mach's äh bei SMB Hex mach ich's tatsächlich relativ selten bei Fortnite zum Beispiel auch nicht das war nicht so schlau ach ich brauch das Ding immer noch ne ich bin zu voreilig ja hä nee wovor kommt denn die her die fährt doch hier lang und dann ist die doch weg oh spiel richtig ne alles klar da kommt die her ja ich bin immer so ungeduldig bei leveln mit diesen Dingern äh ok wir gehen hoch oh da ist mein Midwaypoint weil die Skullblocks don't harm you they will destroy entire Skull rafts as soon as they touch ok alles klar Sprite Tötungsblur das war nicht so gut wobei doch es funktioniert auch ok ah ich hab nicht gewartet jetzt ist er weg scheiße aber ich hätte ich hätte ich wäre so durchgekommen ich wäre so durchgekommen tschuldig ja wir spielen das einfach auf Kaizo Variante hier es ist ja nicht mal Kaizo du kommst ja problemlos da durch brauchst die Werfts gar nicht es sind so viele Gegner gesetzt ihr braucht es jetzt kurz zumindest ah ne mann ich will ich bin zu ungeduldig ah ok sie spielen das Level falsch das ist wohl wahr na gut spielen wir es halt richtig hier geht es leider nicht anders ok jetzt geht es anders nein ahhh Gott das will und das war es sehr schön ja bin ich so Fan von diesen Skull Dingern aber sicher ein schönes Level ja ist ganz cool man darf hier seine persönlichen Präferenzen nicht bei der Bewertung äh einsetzen so Fort Hoversaw äh Fort Hoversaw wurde gebaut von Staircase oder Kase oder so schaffen wir das in dem Part noch wir sind bei 34 Minuten oder ist das lange weißt du es zufällig es ist dann Kaiser Level Saale wir seh uns beim nächsten Mal danke fürs zuschauen tschüss und tschüss s